Herzlich Willkommen in der heißesten Tischtennishalle der Liga. Wir sind grün. Wir sind weiß. Wir sind der TSV 1860 Ansbach. Wir sind grün. Wir sind grün. Hallo miteinander. Wir begrüßen hier in Ansbach recht herzlich den TDC Rugendorf. Einen warmen Applaus. Die Nummer 1 des TDC Rugendorf, ehemaliger slowakischer Jugendnationalspieler Zawotzki Iwan. Die Nummer 2 aus Tschechien hat österreichische Bundesliga gespielt Lenk David. Er war ehemaliger bayerischer Jugendmeister im Doppel-Unimix, ehemaliger Oberligaspieler der Stefan Schürmer. Die Nummer 4 war in der Top 10 der Jugend in der bayerischen Rangliste der Daniel Hoffmann. Herzlich Willkommen. Die Nummer 5 der Gäste, Putzig Mario, ehemaliger Oberligaspieler. Herzlich Willkommen. Die Nummer 6 der Gäste, nordbayerischer Schülerbeister Jobst Alexander. So, wir kommen jetzt zu unserem DSV Ansbach. Die Nummer 1, Torben Wozik. Zweifacher deutscher Meister, x-facher Meister im Doppel-Unim-Einzel. Torben, herzlich Willkommen. Die Nummer 2 des DSV Ansbach. Ehemaliger Jugend-Nationalspieler Bulgariens Trevon Lengerow. Der Janska im Team. Die Nummer 3, Zweiger, Ranglistensieger 2013 oder sogar. Herzlich Willkommen Jan Schubert. Die Nummer 4 des DSV Ansbach. Ehemaliger bayerischer Seniorenmeister Dietmar Weger. Bayerischer Kenyonmeister 2007. Nummer 5, Peter Herbst. Und unsere Nummer 6, braucht man eigentlich nichts dazu sagen, schon seit 200 Jahren beim DSV Ansbach. Ex-Oberligaspieler Peter Danse. Doppel 1 beim TTC Rungendorf Schirrner Hoffmann. Doppel 2, Zawotzki Putzi. Doppel 3, Lenkjobst. DSV Ansbach, Doppel 1, Wozikarps. Doppel 2, Schubert Weger. Doppel 3, Lengerow Danse. Wir spielen auf diesen beiden Tischen. Ich bitte euch von Rungendorf hier zu zählen. DSV Ansbach zählt hier. Wir fangen hier an mit Wozikarps gegen Zawotzki Putzi. Und auf dieser Platte Schubert Weger gegen Störner Hoffmann. Ich möchte auch ganz herzlich unseren Oberschützrichter begrüßen, den Horst Schüller von DDZ Bruchberg. Herzlich willkommen bei uns. Ich wünsche uns allen schöne Spiele, einen schönen Abend und auf geht's. Dankeschön.